Wo sind wir hier? Und verfolgt uns da jemand? Ach, hier ist auch wieder oben was. Wie mir scheint. Ruck, ruck. Das ist der Ocker nochmal mit. Mein Gott, wir haben hier noch keine einzige Truhe gefunden. Das kann doch nicht wahr sein. Noch keine einzige Truhe. Was ist denn hier nicht los? Ah, eine Truhe. So, ich halte kurz fest, wir wollten, was wollten wir sammeln? Am liebsten natürlich Diamanten. Aber ich gebe mich zur Not auch mit Melonensamen zufrieden. Okay. Dass das jetzt gerade so grummelt, finde ich ehrlich gesagt gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier an der Musik liegt oder ob das irgendwie ein neues Feature ist. Aber da das in mehreren Liedern schon bisher vorkam, vermute ich fast eher, dass das ein neues Feature ist und nicht an der Musik liegt. So, was haben wir? Oh Gott. Hier. Au. Ding, ding, ding. Ich glaube, das war die Spinne, die wir die ganze Zeit schon gehört hatten. Was ist hier? Hallo? 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 War ich hier schon? Sieht so aus. Machen wir hier mal dicht. So, okay. Also, Melonensamen haben wir gefunden. Machen wir jetzt noch weiter und hoffen, dass wir Diamanten finden. Oder lassen wir es... Wir lassen wir es dabei und versuchen hier lieber wieder heil rauszukommen. Was ist denn hier noch? Ach so, das war das untere Stück. Richtig. Da war ich ja auch schon. Da sieht es auf jeden Fall aus, als wenn da wieder ein Spinnspawner wäre. Von daher gehe ich da gerade mal nicht hin. Wow. Was ist denn hier wieder los? Und vor allen Dingen, von wo kommt das? Hallo? Ist das auch von unter mir oder von ober mir oder von neben mir? Was ist denn hier? Im Dunkeln ist gut munkeln. Und die Orgelmusik macht es nicht besser. Ja, doch. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Oh. Terror. Terror im Ohr. Ah. Seems like they are swimming irgendwo hier in mir. Bye. Sind das gleich zwei oder was? Halt dich fest, ey. Naja, lassen wir das mal so stehen. Und gehen wir hier nach oben. Da ist dann auch schon wieder die Axt kaputt. Hallo. Niemand da. Okay. Da wollen wir jetzt mal rum. Rum, rum, rum. Was ist hier noch? Nichts vermutlich. Obwohl da drüben geht es, glaube ich, weiter. Wir machen mal einen Übergang. Huch. Äh. So. So, was ist hier noch? So, was ist hier noch? So, was ist hier noch? Ja, genau. Was ist hier noch? oh mann oh mann oh mann ja doch macht doch nicht so stress gut das ist dann auch die letzte schaufel hallo ich sehe dich oh jörg tu das no dass das so laudi soja hier waren wir schon das müssen wir jetzt schon zum 80 mal irgendwie in welche richtung gehen wir jetzt dort drüben in das dunkle ein enderman ach hier ist doch hier ist doch oder hier ist yes it is yes it is dann gehen wir mal spontan wir sind hier lang was sagt das zeiteisen das zeiteisen sagt da vorne ist ein hallo 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 und hier kommen wir dong 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 was ist hier noch im angebot hallo ja ich sehe sie mein herr ich sehe sie grunzen sie mich nicht so von der seite an spiderman is going down so ok alles klar wir wollten wo ist denn das jetzt da ist ein zombier wo und eine kiste das kann sich dabei nur um eine falle handeln ach hier sind die jungs hallo ich sehe euch wagt es nicht hier rauf zu kommen ja da kommt ein zombie auf und zu das inventar ist voll das inventar ist voll dann kassierst du noch kurz und was ist hier hier waren wir auch schon einmal ja kommt mir bekannt vor kommt mir bekannt vor da ist ein skelett im wasser das seht ihr wahrscheinlich gerade nicht macht auch nichts ist jetzt nicht so dramatisch und haben wir schon die diverse male gesehen da ist noch eine truhe mit einem enderman und eine ein bisschen brot ein bisschen brot und ein paar melanchise so das reicht dann auch gehen wir mal auf den weg nach hause in der hoffnung dass wir überhaupt noch heil nach hause kommen wo muss wo ist die wüsse ja auch auch hab ich mich schon wieder hier jetzt das war es dann völlig mit der orientierung gehen wir mal in diese richtung hier ja hier waren wir auf jeden fall schon mal hallo von hier sind wir ja gekommen ich hätte etwas zu weit gelaufen ja genau ja und jetzt wollt ihr mir noch alle näher kommen oder was bleibt unten und ihr braucht gar nicht so lüsternd gucken ihr gierigen und du gieriger du gieriger du gieriger noch was wo kommen die Zausels denn jetzt schon wieder alle her hier ist mir doch egal ich gehe jetzt nach hause es ist tag das kann doch echt nicht wahr sein naja auch wir müssen ja irgendwann mal zumindest etwas in die richtung glück haben so auf nach hause melonsamen haben wir gefunden leider keine diamanten das ist etwas schade ach so neu ist jetzt übrigens auch das wenn man bäume fällt die äpfel fallen lassen das bei jedem so oder ist das wenn ich weiß es nicht so dann legen wir erstmal ab die pumpkin seeds und die melanzi behalten wir mal die truhe nehmen wir auch erst mal noch mit was ist dann mit dem ganzen anderen rest jede menge holz mal nicht so zaghaft gravel das gravel zeug nehme mal haben wir noch was hier aufgetan genau das nehmen wir drunter und dann können wir das in unseren tollen lagerraum legen und zwar hierhin wobei ein paar sollten wir immer auf tasche haben man kann ja nie wissen da sollten wir auch ein paar auf tasche haben den rest nehmen wir mit beziehungsweise die eine kiste mit der können wir jetzt wahrscheinlich sowieso nichts anfangen die lassen auch mal hier das tun wir in den ofen und das nehmen wir mit und tun das dann kurz hier rein sortieren das fix um und als nächstes werden wir dann die melonen samen und die kürbissamen kürbissamen pflanzen aber das machen wir nicht mehr heute kurz was gefressen gegessen meine ich tür zu machen aus bett setzen und dann an dieser katze erfreuen bis zum nächsten mal schau schau